Willkommen zu einer weiteren Folge. Pharah ist auf einmal weg und wir sind hier unter einem Grab. Komisch. Pharah? Als ob das hier ein Turm wäre. Ähm, muss ich irgendwas machen? Oder? Was? Was ist wundervoll? Wo seid ihr? Wenn wir nur bleiben können. Was macht ihr da? Ich suche nach euch. Wasser zum Trinken? Ach du Gott. Ich bin doch hier. Was zum... Wir haben alles... Hä? Eins, zwei, drei. Ich hab das Gefühl, wir müssen irgendwie die richtigen Röme abklappern. Die richtigen Gänge. Wo seid ihr? Pharah? Sind wir jetzt eins... Ne, sind wir nicht. Wenn wir nur bleiben können. Okay, bei der vier kommen wir bei der zwei raus. Na gut. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Wo seid ihr? Ich bin hier. Es muss eine Erklärung dafür geben. Ja, wenn ich die mal finden würde. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Fahra, wo seid ihr? Richtig. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Wo seid ihr? Hier bin ich. Gibt's hier irgendwie... Wo seid ihr? Hier bin ich. Wo seid ihr? Oder sollen wir das jetzt einfach ausprobieren? Das wär... nicht so schön. Ähm, wo ist denn hier der Hauptgang? Da. Wo seid ihr? Mann, nerv mich nicht. Zwei, drei, vier. Jetzt komm ich bei der zwei raus. Wo seid ihr? Hier bin ich. Na gut. Fahra, wo seid ihr? Mann, frag doch nicht andauernd nach. Hier bin ich. Oder muss ich irgendwie darauf hören? Wird das irgendwie lauter? Wo seid ihr? Ich bin doch hier. Okay, interessant. Vier. Zwei. Zwei. Wo seid ihr? Hier bin ich. Dreh auf das System, ehrlich gesagt, gerade nicht. Ein, zwei, drei, vier. Zwei. 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 Das war doch nicht andauernd, ey. Ich bin hier. Fünf, sechs. Jetzt nehmen wir mal die Seile ebenную. Sieben. Aha, sieben. Sieben, fünf. Sollen wir ein Bad nehmen? Wovon redet ihr nur? Wo seid ihr? Das klappt nicht. Probieren wir es einfach weiter aus. Eins, zwei, drei, vier. Zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Jetzt kommen wir bei der fünf raus. Fahra, wo seid ihr? Jetzt nehme ich mal die drei. Ich bin doch hier. Und wir kommen bei der sieben raus. Wo seid ihr? Bei der sechs. Schließt mich in eurer Arsch. Ich sehe euch nicht. Jetzt nehme ich die eins. Was zum... Also, das wird langsam lächerlich. Fahra? Äh, toll, wo es jetzt geht. Mit wem redet ihr denn da? Könnt ihr mich hören? Zwei... Zwei... Die drei... Auch nicht. Boah, diese Rumprobiererei... Äh, eins, zwei, drei... Vier... Wo seid ihr? Ich weiß jetzt gar nicht, wo wir rausgekommen sind. War das jetzt die? Warum seid ihr so abwacht? Scheiße. Fahra? Könnt ihr mich hören? Eins, zwei, drei, vier... Vier... Fünf, sechs, sieben... Wo seid ihr? Hier bin ich! Was zum... Eins, zwei, drei, vier... Fünf, sechs, sieben... Fahra, wo seid ihr? Acht... Ich bin doch hier! Neun... Neun, eins... Fahra? Die zwei, die wir genutzt, nehmen wir jetzt die drei. Hier bin ich! Ah, hier bin ich! Ah, hier bin ich! Ah, hier bin ich! Eins, zwei, drei... Fahra, wo seid ihr? Hier bin ich! Neun, eins... Die zwei, drei gehen nicht... Wo seid ihr? Zwei, drei... Vier hat nur... Fünf? Es ist wundervoll. Kommt schon! Kako, Lukiam! War sie wirklich, die magische Höhle? Wenn es ein Traum war, dann war es einer, den wir beide träumten. Es war kein Traum. Okay, jetzt sind wir wieder im Grab, das heißt, wollte mich verarschen. Hä, wie soll ich denn das jetzt machen? Wie seid ihr witzig? Was ist das für ein Raum? Okay, wir haben jetzt Ruhe. Huh? 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 Das ist wieder so ein Spalt. Das geht so rum, so rum, so rum. Ich glaube, ich muss die beiden vertauschen, ehrlich gesagt. Krieg ich das so gut hin? Krieg ich die hier rum? Ich glaube nicht, ne. Scheiße. Aber theoretisch müsste das doch trotzdem gehen. Hey, komischerweise. Strahlt er da zwei hin? Aber hier passiert nichts weiter. Oder ist das noch nicht richtig? Steht da noch nicht perfekt? Ah. Na toll. Was mache ich jetzt mit dem? Das Problem ist ja, glaube ich, eigentlich auch... Ich glaube, ich muss erst da rein, oder? Mit dem Schwert kriege ich die Tür kaputt. Wo kann ich denn da das Ding jetzt einsetzen? Mensch, wechsel doch nicht. Ich bin gerade etwas zu blöd dafür, glaube ich. Das bringt mir insofern auch nichts. Also damit kann ich die Sandstrahl abfangen. Oh, da muss ich... Irgendwie den hier aktivieren. Okay, ich glaube, ich gucke mir das jetzt mal... Ups. Offscreen ein bisschen an. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Spitze, danke nicht. Bis dann. Hm.